Mit vier Türen, den charakteristischen Split-Doors am Heck, fünf Sitzplätzen und dem großen, vielseitig nutzbaren Innenraum überträgt der neue Mini Clubman das klassische Konzept des Shooting Brake nicht nur in das 21. Jahrhundert, sondern auch ins Premium-Kompaktsegment. Das jüngste ist zugleich das größte Modell der neuen Mini-Generation. Zur Steigerung von Fahrspaß, Komfort und Sicherheit bietet der neue Mini Clubman zahlreiche Ausstattungsmerkmale, die erstmals bei einem Fahrzeug der Marke zum Einsatz kommen.